damit dann noch wieder herzlich willkommen zurück an alle wochenendkrieger high five mein junge komm schon high five leckerchen so nun geht es weiter wir sind mitten in einer hauptstory rückblende mit ziri wie das auch immer ausspricht und ja ich habe gerade vergessen auf aufnahme zu drücken ist sehr gut also auf die capture karts ja ich bin mal wieder höchst konzentriert an der sache ich bin ja oberprofi gamer und die vergessen alle auf aufnahme zu drücken und zu spielen und so so ok ziri haben wir irgendwann schon mal gesteuert ein zimmer ganz oben mit dem balkon hatte coole sachen drauf ich werde das doch bestimmt noch mal machen müssen weil ich irgendwo runterfalle und mir das kind breche ja da ist der balkon mal sehen was im zimmer ist oder auch nicht hier dieses fenster vielleicht und jetzt mein lieber dodo versuche ich mal mit was anderen das hier ist mir zu langweilig du bist da wird junior hat dir das schon mal jemand gesagt nein die meisten finden mich nett wenn sie mich erst kennen dann schließt du also gerne neue bekanntschaften willst du mich etwa mit jemand interessantem bekannt machen ja da bist du ja gut dass du kommst ich habe auf dich gewartet ja das schwert gar nicht zu cool das war mega cool cool nr super nr 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 Schnappt die verdammte Hure! Ja... Oh nein! Ich muss das bestimmt komplett von vorne machen! Ja... Tja, willkommen bei einem wunderschönen Ladebildschirm. Ich lege diese Konzeptzeichnung in den Hintergrund. Wunderschön! Ich könnte es mir stundenlang angucken. Ich sollte ein Special draus machen. Stundenlange Ladebildschirme mit wunderschönen Zeichnungen. Herrlich! Ähm, ja. Hm... Gut. Das reicht wahrscheinlich an dummen Zeug für die Folge. Ja, aber es soll mir auch einfallen bei den Ladebildschirmen. Ja... Äh... Na komm schon. Die Rückblenden, die dauern wohl mal länger zu laden. Los! Aufdrehen! Na los! Holt euch das Luder! Einer weg? Oh! Scheiße! Ähm... Ja... Okay. Ähm... Ich versuche mir zu merken, wenn ich diese Episode schneide... Dass ich... Äh... 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 Jetzt kann ich in der Pause sagen, was ich will. Wenn ich es rausschneiden will, schneide ich es raus. Äh... Ja... Ich versuche dran zu denken, wenn ich dieses Video schneide. Ja... Wer hätte denn gedacht, dass ich da abgesetzt werde ohne Energie? Wie? Das wird aber jetzt eine große Kunst zu überleben. Vielleicht muss ich die komplette Episode neu starten. Oder so. Dieser Speicherpunkt, den die da gemacht haben vom Autosave, der ist ja kacke. Geht ja gar nicht. Irgendwie muss ich da jetzt rauskommen. Und bis dahin nochmal zu spielen, nach dem letzten... Speichern... Da... Ja... Und Geralt an der Brücke... Hmhmhmhm... Schlagt ihn! Tötet ihn! Kreist euch zusammen! Na los! Holt euch das Luder! Ich bin kein R! Energie! Oh! Das war's! Jetzt bist du satt! Nee, ich hab schon mal... länger überlebt als vorhin. Scheiße, du! Oh man! Wie mach ich das? Erstmal ausweichen, 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 ausweichen... Oh man! Das wird mal wieder eine wunderschöne FF, eine Fail-Folge. Aber ich hab auch keinen Bock, das nochmal neu zu machen! Ich will das jetzt schaffen! Egal wie lange es dauert, irgendwie hab ich die Spiele, die ich machen wollte, immer geschafft! Irgendwie... Hmhm... Das hab ich jetzt erst wieder bei Mario Unicee gemerkt! Ich hab bis zu diesem komischen Scheiß-Drachen gespielt! Falls... Falls jemand, der das Spiel kennt, also... Außer vom Titel her, Spielverlauf! Und dann hatte ich keinen Bock mehr, weil ich den nicht geschafft hab, aber... Ähm... Ja, da lag's ewig an der Seite! Jetzt hab ich's mal wieder probiert, hab's auch geschafft! Und... Ja... Habt gemerkt! Reißt euch zusammen! Holt euch das Luder! Okay, ausweichen, ausweichen... Oh! Das war's! Jetzt bist du dran! Nein! Ich dachte, mit meinem Zauberangriff krieg ich das hin, aber... Scheiße! Zieht mir der Zauberangriff vielleicht Energie ab? Kann das sein? Hm... Bis ich dran denke, darauf zu achten, hab ich die Rückblende wahrscheinlich schon geschafft. Zum Wohl! Das wird jetzt ein wunderschöner Zusammenschnitt! Pfff... Ich muss das jetzt packen! Vor allen Dingen, ich will das jetzt packen! Jetzt, äh... Die Idee war ganz gut, ich muss nur erstmal mehr regenerieren, das heißt ausweichen, 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 bla 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 bla, und so weiter, und so weiter, und so weiter, und so weiter... Äh... Ja... Nach was wollte ich eigentlich auf meinem Tisch gucken, weiß ich nicht, egal... Ähm... Jo... Irgendwie kriegen wir das schon hin... Eigentlich... Ja... Es gibt bestimmt den einen oder anderen, der hätte das schon längst geschafft, selbst... Ohne Energie! Tot auf dem Boden liegen! Schlagt ihn! Tätet ihn! Reißt euch zusammen! Na los! Holt altes Luder! Immer noch nicht ihn! Sieh! Okay, okay, okay... Ah! Komm, komm! Ja! Ja! Stimmt! Einer weniger! Nee! Schlagt ihn! Hört ihn! Los! Auf ihn! Nein! Nein! Oh nein! So knapp! Scheiße! Oh nein! Äh... Ja... Es ist... Es ist... Es ist machbar, okay? Es ist auf jeden Fall machbar! Wenn ich mich jetzt nicht ganz so dumm anstellen würde... Ja... Ich schaff das! Ich schaffe das! Bin ich hier eigentlich auf Vollbild? Was hab ich immer noch nicht gesagt? Ja... Irgendwann muss ich mal anfangen, irgendwie das interne Mikro auszustellen von meinem Laptop. Das zeichnet irgendwie mal mit auf die Tonspur, welche ich eben extra haben... Ja... Ich muss das in den Einstellungen mal machen. Vielleicht mach ich das in der nächsten Aufnahmepause... Also... Wenn ich es bis dahin hätte wieder vergessen, aber... Äh... Ja... Jetzt müssen wir das hier erstmal zu Ende bringen. Jajaja... So... Wie geht mein Drink aus bei so vielen Wartezeiten? Jetzt hatte ich schon extra zwei Drinks zu meinen Aufnahmen... Den Energydrink und den Cola-Mix... Aber nee... Weil ich hier wieder so extra gut spiele... Schlagt ihn! Tötet ihn! Habe ich mal übrigens auch... Befreundet ihn! Ah... 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 Geh weg! 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 Geh weg weg! Geh weg weg! Geh weg weg! Geh weg weg! Geh 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 weg! Okay, ich muss mal... äh, und was haben wir aufgenommen? Äh, ja... Ich warte aber erst, bis meine Energie voll ist. Ah, ja, okay, was haben wir denn da gesagt? Die Zeit. 13 Minuten, wir haben fast nur mit Wartezeit die Zeit verschwendet. So, Hexer, die haben wir ja gar nicht. Stimmt, oh Gott. Wenigstens die Energie. Nicht ihn! Sie, seid ihr blind! Was seid ihr denn alles da? Naja, in der Arbeit ist schon jemand mehr. Die Gäns könnten nett sein. Was für eine Misgeburt! Oh, oh, oh. Ja, geil! Das scheint der Naki zu verbrauchen. So, jetzt regenerieren wir erstmal. Ich würde ja gerne irgendwas aufnehmen. Wir haben hier... ...nur eine Welchkarte. Kein Inventar. Kein Inventar. Ciri, du bist so wichtig. Der Charakter, den wir suchen. Aber finde ich wichtig genug, dass du ein eigenes Inventar kriegst. Kannst froh sein, dass du ein Schwert hast. Nicht so gut genug genug. Oh. Verfluchte Scheiße! Okay. Nein! Oh, bitte lass das nicht da oben sein! Oh nein! Mit dem Geralt zu kämpfen ist das viel einfacher. Oh Mann! Wenn ich das jetzt sage, Frauen... Wenn ich jetzt sage, Frauen machen es unnötig kompliziert, dann ist das total sexistisch oder so. Aber in dem Fall ist das komplizierter, oder? Vielleicht spiele ich einfach schlecht mit ihr. Hm... Tja, keine Ahnung! Nein! Kein Sexismus, um Gottes Willen! Ja, aber Ciri ist eine Frau und ihn macht es kompliziert. Geralt ist auf der Suche, muss sich Leute umlegen, hat Silber noch nicht gefunden. Und mit ihr zu spielen ist auch viel schwerer. Was sagt uns das? Dasselbe wie immer. Wir können nicht mit, aber auch nicht ohne Frauen. Tja. Ich muss meinem Schatzi sagen, dass ich Silibab nach der Aufnahme. Bringt zu viele fiese Sprüche. Geht gar nicht. Schlagt ihn! Tötet ihn! Reißt euch zusammen! Nein! Nicht von oben! Geh weg! Geh weg! Und wir regenerieren! Und wir regenerieren! Und wir regenerieren! Und wir leben schon! Oh, oh, oh! Oh, oh! Oh! Oh, oh, oh! 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 Okay, 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 okay. Ruhig. Können wir nicht auch hier raus? Dass wir rübergekommen sind, hier, komm, zack, und nein, schade, schwimmen wir erst. Okay. Aber bevor es weitergeht und sich diese Folge noch ein Fail macht, mache ich den Fail lieber in der nächsten Folge. Ja, wie immer war es meine Freude, wir sehen uns beim nächsten Mal. Das ist noch eine kleine Handkarte von uns, ja, ihr könnt gerne abonnieren, ihr könnt gerne weitere Videos schauen, die hier rechts, links irgendwie verteilt sind, ja, wir verabschieden uns dann mit einem kleinen High Five, bis zum nächsten Mal, jo, bis dann, ciao.